Moment, Verlängerung nach 2€ Doppelbrauch Ich habe hier schon 500 Eiderkisten raus Die haben vorher schon gut gezahlt Komm, rein Wenigstens an Militierfrauen rein gehauen Gibt ja auch erstmal 10€ Ist aber nicht schlecht Komm, bitte Jawohl Jawohl Geil Ups Komm Na ja, muss man zufrieden sein Mit dem was man hat Oder kriegt Jo Und? Und Und Oh, geil 100€ Na, eine noch, ja? 1000€ So Aber gut Wie gesagt, zufrieden sein mit dem was man hat Was man kriegt Nicht jeden Tag ist Weihnachten Komm bitte Ach, schade Aber er geht gut ab Nicht schlecht Ich lass ihn mal weiterlaufen Vielleicht tun wir mal was Noch mal auf 2€ Ein bisschen was gefressen Und Was gibt es diesmal wieder, die Frau? Wieder ein Käfer Und Und Keine Ahnung Nur mehr Zwei 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 這一 Ja, vorher 45 Freispiele auf 2 Euro gehabt, aber 300 hat er mir nur gemacht. Aber mit der Frau als Symbol. Du hast doppelt. Ah, du hast Doppelbuch. Ja, ich mein Doppelbuch einfach spielen macht ja keinen Sinn. Wieso? Weil das Doppelbuch heißt. Na, das sehe ich jetzt nicht so. Ich denke, die Gewinne sind doch auch halbiert, oder? Die Gewinne sind halbiert, also so wie ich auf 1 Euro spiele, dafür habe ich aber 15 Freispiele mit 2 Symbolen. Das sind aber nur 5 Freispiele mehr. Normalerweise müssen wir ja 10 Freispiele mehr haben. Ne, ne, 5, 5. Aber wenn du so 2 blöde Symbole hast, ist das natürlich auch ein bisschen. Ja, Frau hatte ich die Kakerlake auch und die Frau halt. Man hat jedes Mal nur 5 Euro, weißt du? Das stimmt, ja. Vielleicht probier ich es mal mit einfach. Ja. 30 Euro. Naja, trotzdem. Oh. Ab geht's. Das ist doch die Programmerei. Ja. Das ist verboten. Ja. Ja. Machen wir jetzt noch zweimal so einen Tipp. Zu spät. Huh. Na ja. Schade. Oh. Komm schon. Oh. 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 So. So. Nix. Das war ein Sack. So jetzt nochmal. Ich brauche zwei Stück wenigstens. Wahnsinn. So zum zweiten mal verlängert. Vier Stück. Nicht schlecht. So. 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 was raus und dann mal 80 oder 1 Euro probieren. So, ich melde mich, weiß noch was kommt, wenn nicht dann, ja, schade. So, ein schönes Bild auf 80 Cent. Na, ich muss mal hier ausschalten, ich melde mich, weiß noch was kommt. So, leider im letzten Spiel. So, was heißt leider? Mal wieder im letzten Spiel? Leider nur 4. Na, ich halte mich, weiß noch was kommt. Mach's gut. Oh, schon wieder. Oh, schon wieder 4. Yeah.